Das Tiroler Familienunternehmen Handel Tirol ist Spezialist für Tiroler Speck, Wurst und Bratenprodukte. Bereits seit 1902 werden diese nach traditionellem Verfahren von Hand gefertigt. Wir sind Genussbotschafter Tirols. Wir haben, glaube ich, eine unheimliche Geschichte in dem Land. Wir haben sehr viele traditionelle Werte in diesem Land und wir nehmen diese Werte. Die Basis dafür ist von unserem Urgroßvater schon gelegt worden. Und über diese Basis, glaube ich, kann man schon sagen, haben wir Generation über Generation das jetzt weiterbekommen. Und mein Vater hat halt vielleicht von Pians aus Österreich und in weiterer Folge dann Deutschland missioniert. Meine Aufgabe von meinem Team und von meinem Bruder ist es, dass wir sozusagen Europa oder halt dann auch einmal global den Speck missionieren. Also die Amerikaner sind nicht verschont von uns. Seit dem Jahr 2010 tragen alle Specksorten von Handel Tirol, die in Österreich verkauft werden, das Amagütesiegel. Das steht dafür, dass das Schwein in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet und verarbeitet worden ist. Das Amagütesiegel ist für die Konsumenten ein ganz wichtiges Orientierungshilfsmittel beim Einkauf. Auf Lebensmitteln, wo das Amagütesiegel draufsteht, weiß man, woher der Rohstoff kommt, woher das Fleisch kommt. Zum Beispiel bei Rot-Weiß-Rot aus Österreich, zu 100 Prozent aus Österreich. Die Qualität ist besser, als es der Gesetzgeber vorschreibt. Das heißt, bessere Genussqualität. Und die dritte Säule des Amagütesiegels sind die Kontrollen. Zwar nicht irgendwelche Kontrollen, sondern unabhängige Kontrollen, so haben sie ein Höchstmaß an Sicherheit. Die fünfjährige Kooperation zwischen AMA und Handel Tirol zeigt, dass Regionalität und Ursprünglichkeit wichtiger denn je sind. Ich glaube, dass Regionalität immer wichtiger wird, weil der Konsument, die Konsumentin wissen will, was kaufe ich, von wo kommt etwas her und wie wird es produziert. Und aus überschaubaren Regionen wie in Österreich ist es eben deshalb besonders ein wichtiges Anliegen. Handel Tirol ist einer unserer wichtigsten Stakeholder im Fleischbereich. Es ist ja im Rohböckl-Sektor das Markenunternehmen schlechthin. Ein wichtiger Partner der heimischen Landwirtschaft. Pro Jahr werden von der Firma Handel circa 5 Millionen Kilogramm heimische Schweinefleisch zu hochwertigen Böcklwaren verarbeitet. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir permanent auch gemeinsam mit der AMA, gemeinsam auch mit unseren Kunden, Partnern im Handel, das permanent einfach auch wieder forcieren und immer wieder vorleben. Weil das ist eigentlich das, wo so das typische Speck, ist ja so ein typisches österreichisches Jausen-Marent-Produkt. Und das gehört einfach auch aus Österreich. Und ich glaube, mit dieser Story, mit dieser Geschichte gelingt es uns immer wieder leicht zu wachsen. Höchste Qualität, 100 Prozent heimische Herkunft und strenge Kontrollen. Auch in Zukunft wird das AMA-Gütesiegel dafür stehen.